Fenderio Reviewer 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 Wie wir in der Timeline eingehen für Fenderio, würde ich gleich eine Heimblüste für Fenderio noch ... Re roller Reviewer Re gente Reviewer Re留言 Reこん Re Re so erreicht genommen worden, und ich kann euch Tietem alles Ihnen erklären, und ich werde mich von dort unterreden, wenn ich glaube, ich habe drei Gründen von dem, Jesus, Apostel, und die ersten 300 Jahre Christenleben. Und wenn er dort nicht so sehr popular ist, kann man auch von Verstuhren, und auch den Schwung merken, und so weiter. Und der zweite Sender wird, wo er riecht bei den Bürsten, der Authorities, der manchmal in der Kruppe ist, mit dem ich dort erleben kann, von der erste, die Social-Projekte hat, Menschen, die dort Sachen haben, und dort kann auch empfindlich sein, und alles verstanden werden. Und von der heute ist ein Thema, wo er auch sehr empfindlich ist, und es wird sich so schwer, dass ich ein Gespräch einstimmeln, und wieder einstimmeln, wir sprechen uns einstimmeln. Nicht einmal, wenn er sich ein Gespräch einstimmeln hat, als wir ihn, dann er sich ein Gespräch einstimmeln hat. Wenn er sich dort so hielt, oder wenn er ein Gespräch einstimmeln hat, und er dort gerade das Bild nicht auf uns gehorcht, oder nicht auf uns erklärt hat. Schau, das ist ein einstimmeln in der Bibel. Dort hielt sich so, dass er ein Gespräch einstimmeln hat, aber er denkt nicht, wenn wir ein einstimmeln in dem Kontext nicht haben. Ich weiß nicht, wo zwei Dinge sind so wichtig in der Bibel und im Leben. Kontext und Perspektiv. Ich weiß nicht, wo ich das ab dir sage, aber dort in der Bibel, was die dann in der Bibel meinen, wenn wir dort nicht utfinden können, kann ich nicht mehr von dem, aber auch der Weg. Perspektiv ist, dass du, dass die Zusammenarbeit zu kommen ist, wie warst du in der Bibel? Und in den Beispielen ist das, wenn die Israeliten von der Ägypten rutschen, wo wir in Farnachers glauben, wo sie sich erst totgeräumt haben, wo sie für gut genug essen müssen, da ihre Kinder haben einen Riefen eingeschmitten, in den Haar leben. Und der prachere Gott, der will in den Rücken kommen. Und dann, wenn Gott unverwunden ist, dann sind die Bert, Bert ist ein Riefen, wo sie sagen, die Däuchkunde, die Ägypten kommen da hin. Und dann sind die wie Moses und sagen, na, wir haben da nicht genug geleber? Haben wir da nicht genug zu essen? Und dann denkst du so, sind diese Menschen nicht klug? Von woher sie kommen, wollen wir sagen, weißt du, wie sie es dort sagen, dass diese Menschen nicht klug sind? Weil wir wissen die Perspektive nicht. Und los mit ihnen etwas sagen, wenn ich sage, die Perspektive sagt, die würden auch einen Krebs und gesagt haben. Wir tun das von denen. Kontext und Perspektive sind so sehr, sehr wichtig, wenn man etwas lernen muss. Und wenn man auch früher noch abpustet, wenn die nicht den Kontext wissen, oder nicht Perspektive haben, dann sage ich auch schon. Und ich will Ihnen ein Beispiel geben. Ich warte mal an, johann drei, wenn wir eine neue Familie sagen, wenn wir uns glauben, schulden wir, wenn wir die Kinder schulden, dann hat es die beste Gift, und dann direkt einmal lernen, und Kontext und Perspektive erklären, und dann hat die Familie verloren. Ich will einmal die Tafas erklären, und dann wird direkt, wenn wir die Leute, die sich jeder an den Kontofen lohnen, die können da sein, und die können da sein, und da sein, und so weiter. Ich kann nicht Perspektive und Kontext erklären, wenn die Menschen, die Menschen, die Menschen haben, oder da leben dort. So, das ist sehr wichtig. In der Zeit, wenn ich von der Woche habe, wenn die nicht mehr in der Welt sind, dann muss ich rein gehen. Because, das ist ein bisschen persönlich. Und ich würde das nicht sein, wenn ich Perspektive und Kontext geschehen habe in der Bibel, über das Thema. So, ich bin geduldig, ich bin gnädig für mich, ich lebe, ich lebe das, ich lebe das noch nicht aus, weil ich es am besten habe. Ich kann lange, dass unsere Familie gesagt, du hast ein anderes, du kannst ein anderes in uns, du kannst ein anderes in unsere Familie und mir auch gehen treu. Because, das Gläuven, im Horten, das wirklich anstrengend die Fähne, das passiert bloß. Und das kommt in uns. Und ich glaube, was in uns passiert, ist gut ab. Wir haben das, das Thema, was ich von der Woche habe, was hält uns ab von Gautetown. Was ist eine Wahrheitlichkeit? Wenn die Bibel sagt, von Gautetown, das ist ein Ding, wir machen, wir sind uns auch confused, was ich meine, Gautetown. Lachen wir sagen, menschreich immer, wenn die Bibel redet, von Gautetown, dann redet von dort, wo die Fäße nach, und eins und nach, erhören. Und dort ist, von den Verstaaten halten. Okay? Wenn du von hier an wieder, wenn du redest von Gautetown, wenn du in der Bibel redest, von Gautetown, dann denkst du dir, das hat es dann, mit diesem Prache, mit diesem Früh, mit dem du allein hast, mit dieser Mama, mit dem ich nicht zu essen habe, mit diesen Jungen, die ich nicht zu Hause habe, was wir Raum an uns, ganz voll haben. Wenn du redest von Gautetown, dann redest du von deinem Menschenhaut. Anzuworten, von diesen letzten, 40 Jahren Christen, der paar Christen, von diesen Kolonien, also der Wäsen, die haben nicht wirklich, wie es war, ob man Gautetown. So, es ist das eine Sache, in Kuktamuk, in Kuktamuk, und er hat man ganz, die deutsche Welt, und ich habe in dem letzten Bild gewesen, irgendwie hat er Schickle ab, die jeden, wo er keine Lust hat, nicht oder nicht? Oder das ist ja noch? Wer hier fähig sind, und ich wäre, jeder Schickle staut, hat diesen Menschen fähig. So, das sind alle die deutsche, auf der Welt, wo er den Mexikanischen hingegangen hat. Und das sind alle Latinos. Das sind 120 Millionen. Und ich habe nicht an der Kuk, ihr Ziel, er hat hier, ich sage, ganz, wir haben eine kukulische Lehrerschaft, mit einem. Aber wenn an der Kuk, sage ich, ein Ziel ist, plotig die Menschen, die erheben, und dann aber sage ich, wenn der Welt für Geist, dann denke ich, und das, und das. Aber das ist es. Mehr kann ich weiter sprechen. Und ich sage, ich sage, 100% der Hänger, nicht den Fokus verlieren, und das ist die Kuk, 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 und das ist die Kuk. Und ich sage, ich sage, du warst so, die letzten 15 Jahre, wenn ich sie anfangen, auf den Versammel unterhauen, und sie anfangen, die Predigen, und du hast nichts zu sein, mit mir, und du hast andere da, und ich sage, du warst links, und danach geschaffen, so ein John Leuven, und das sind die hunderte andere, manche plottische Menschen, was die schoft, das ist noch nie nicht euer, diese hunderte diesen Menschen, die sind die im Tribbel, because they clean it, auf dem Jürgen, von der Ersache schmähten, busig. Und Gott sei Dank, wir sind in die Sehnen, das Volk. But to us, this group, saß 120 Millionen, wo das Spanisch redende Menschen sind. When I think on, what held an's up, from God it down? Here, are manch an's, the plot each redende, you need a from Halton, what in trouble is that. There's an drei, bekonde Dinger, what I think, what it said, and you heard all the lesson, you know, was that the person you is. There's an drei Dinger, family gatherings, church parties, and the full church globet, what we have on every other Menschen. Let me tell you what I mean. I can't, you know it, family gatherings, family talk come, and do you know it? These are my life, which do you understand. I can't do fear. But I can't say what you know it, what I use in it. manch an's, family talk comes. What we're just about the land, we have the world around us. And I can't, I can't say what you've ever seen, you've ever seen, but there, maybe you've ever seen, but there's a place, when you're not there yet, then we're there not. There are all these students, there are families, the children, the children, the children, the children. and they're not eating, they're eating. What have we done? Like, there are a lot of food to find. What have we done for you? Mine, I can't, 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 zu kommen, und dort gibt es Tid und Kosten. Als Lehrerschaft muss man bei einem Meeting haben, mit einem Werk, wo wir gesund sein und an das Chancen lernen, da braucht es Kosten und da braucht es Tid. An der Bibelstunde, die Christen im Leben zu halten, die mögliche sein, die Bibelstunde wussten haben, da braucht es Geld und Tid. An der Einzelnen, wo die Besiegen fehlen, wo die Hände kommen und so wieder, da braucht es Tid und Geld. Meine Frau ist das, da braucht es noch Geld und Tid für den Verstaaten. Das ist eine gute Frau. Ich schreibe dieses Werk, das ist ein Soz. Lebe Gott, die Bibel sagt, wir sagen Gott lebe von uns in Horden, lebe deine Familie, lebe deine Freunde, lebe deine Brüder, das ist alles biblisch, das braucht alles Geld und Tid. lebe deine Tid und Geld und Lebe für den Verstaaten. Und das ist eine von den Ursachen, die wir nicht haben, weil wir haben keine Tid geblieben. An das Werk ist voll. Nächster Werk, der hat Salz, sie war aber. Wenn wir reden von den Verstaaten, dann rede ich von den Umtieren, wo die Hände haben, addictions, wo die nicht rütteln können. Der hat die Mame, wo die nicht verstanden hat, und die Leidenschaft zu haben, hat er mehrt, so die sind angegangen, und der hat Kängel, und das ist eine hauptlose Früh. Ich wundere, was ich sage, wenn ich nicht nachstehe, wo sie dort feilt, eine Mame zu sein. Und das ist allein, und der hat diese Kängel, und der grüßt sich meist, wo die Gäfte. Und der hat nicht eine Städte, wo die angegangen ist. Wenn wir hier alleine sind, wenn wir in der Früh alleine sind, da hat eine Familie, wo die keine Hände kommen. Aber da hat es eine Unterstädte. Es sind 70 Millionen Menschen, die wir nennen, in Immigration Detention. Nur dass dort sind Menschen, wo sie von ihrem Land gekläft sind, wegen Verfolgung, oder wegen Unmüt, oder wegen Krieg. sie in unserer Städte, in unserer Land drinnen zu kommen, und ein besseres Leben zu finden. Und wir sind in einem Hock eingestockt, wo die nicht tusten hier. 70 Millionen Menschen, 40 Millionen von uns sind Kängel. Es sind 800.000 Hörer, Prostitutes, wo die Skluven sind, wo die waren ihre ganzen geschlägt, und verkauft von Tieren, die dadurch mit Sex haben und auch mit verschiedensten Menschen. Das sind Kängel. Und du sagst vielleicht, und ich kann euch Tief finden, und du willst es selber, wenn ich da noch mal komme, ich kann euch Tief dir oder erklären, aber du sagst vielleicht, even so ein Mensch, wo das in Bänden war, weil es von all der Zeit, von 23 Jahren, von 23 Jahren, von 23 Jahren, alle werden kommen, vergeben sich drei über das. Einzige, das ist ein Abrechen, ein Freion, aber einst ist dann was Vergeben, das ist nicht nur ein Ding, das ist ein. Sondern wenn du das in diesem Leben in dem Hörer leben, das ist ein, ah, die Mial, die wollen du sein. Ah, die Sprache, die wollen du sein. Und du sagst, du sagst mir, das Einzige von dir ist so, aber ein Teil von dir, der hat ein Barsch durch. Und du sagst mir, worauf ich meinen? Ein Restaurant, in dem, der für viele Kissen war, ich fand, ich konnte den Baum verlieren. Du hast ja von Boxwood, einen Cedarbaum, wo du einen groter Baum geben kannst. Weißt du, was du dann kannst du klein holen? In den kleinen Partsaten, in den Trüm. Der Zut, was die beiden gesagt haben, wir haben Zutkuren, wo die ganze sind wir, und der kann graut werden, das ist ein groter Baum, wo du gewalt war, wo keiner kann ich treten. Wo du wirklich nur in den kleinen Partsaten, der wird einmal klein bleiben. Some von den ormen Menschen, die in unserer Umgebung sind, in der Welt sind, der Zut, als du bloß in den kleinen Partsaten, der kannst du nicht raus. Auf keinerlei kann ich dir raus. Du bist hier und du einer, wo du sich rüttbeirkt, wo du so valent bist, wo du dich merkst. Und wenn du dich schnappst, man für den Denken, das ist ein so ein Partner, und wenn du nicht in die Hand kamst, und du was unterbringt, das kannst du nie rütt. Die haben 500 jahre Historie, generationen Sinn, auf dich, das kannst du nicht rütt, weil du auch immer den Denken, ihr Denken hast, und so ein Box, wenn es das ist, und da wird never do it, kann man nicht irgendwelche Worte hinbringen. Du hast nicht bloß die Latine Kultur so stört, aber ich rede nicht von dir, weil wir reden Spanisch, und wie es in Spanisch hat lohnt, und ich kann heute für dich. Ich schreibe noch ein, so ist das Werk, und da sage ich es das. Ich habe jetzt gesagt, dass Gott leuven, Familie leuven, Körg leuven, Bruder leuven, Freude leuven, und Nubel leuven, das allerbiblische, allerreich. Hast du noch ein Gläubige geblieben für den Verstaaten? Ich schreibe dieses Werk, dass der hungrige Menschen feiten, Kinder und uns Hüsten ernehm an Dapen, verbreiten euch, treten vorigem Jahr, Hauppen, Pauli gode Eltern zu sein, Hauppen, Juni frühe gode Mames zu geben, Hauppen, Juni gode Männer zu sein, Hauppen, Ar oder Am, er ihnen das Businessunterfang, den Verstaaten wird besieden, heilig zu halten, dort soll uns normales Habit seinem Leben, unser Lebensstil, das soll natürlich sein, das Laufhue, weißt du, wo ich das lehre? Von Jesus, Jesus, das weiß, denn das weiß, was bekannt am Herzen sein, und lass mich irgendwas sagen, von der, was mir sagt, du kannst nicht Jesus nicht mehr einhören, und an den Arm nicht kam, das schaff nicht mal, du bist was soll er üt, wenn die Gläuße das schaff. Das will Jesus sein DNA. Für wem ist das Evangelium? Für die Ome. Anzumischen, anzidea von anzewalt anderen, macht die Reformation und und anzidea und anzidea von Gott, dass er diese kümmer geas war das so. Dort mire wichtige war in es in den lasten johann, to a johann, wurden word war in us, but half to done that a dis a kümmer schaff sie messer of God be word developed. Und hier kommt eine Wacht, dann wird es dann. Also fertig als Verunruflicher. Lassen Sie sich freuen, dass Sie sich freuen. Das ist mit der Schuhe. Das sage uns, dass wir auch nicht die Hunde kriegen, die kosten nicht Geld für das Leben, wenn die Hunde nicht halten. In general, ich erkläre nicht, was man sich gehört. In general, wenn man sich gehört, dann fragt man sich eigentlich, hast du rechtlich in der Form für dich ja? Wir haben nicht gesagt, dass wir das gelehrt. Und die Wesen. Und der Grund, dass wir von uns, von Jesus, von seinem Neufall, und von den Geschlechern der Christen. Warum wird, wenn wir als Family-Gabbing reden? Wo glaubt ich, dass Jesus von Familie noch? Aber für mich das Glas ist wichtig, nicht? Meine Mann, meine Papen, meine Schwestern, und so weiter. Die wollten die Koffie ab nach mir haben, aber ein falscher Schiff, die Verlangen mit dir, ja. Für Jörg. Ich schäme mich einmal, wenn ich eine gute Versorgung bringe, ich weiß nicht, wenn ich meine Frau, immer nicht mit meiner Mann. Aber warum? Und ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, du bist nicht, aber ich habe einen falscher Schiff, weil du schon alles glaubst, wie ihr das macht. Das war, ich weiß nicht, ich weiß nicht, dass ständig das Leben überlassen ist. Ein Familienleben, wir haben ein Familienleben mit Familie, von uns, meistens dort zu tun, so die Indiensteiden, denn Stehens und Leben ist der göttliche Mensch. Heute können die Häuser sagen, das ist ein Sturm. Und wenn alle Menschen reden, stünden seine Mütter und seine Brüder zu bieten, die Leute reden, dann sind die Mutter und seine Brüder zu bieten und sie reden. Sie sehen, wer ist meine Mütter? Denn hier sind die Werkbauten, die mit ihnen sehen und sagen, wer ist dort? Ich weiß nicht, wer ist meine Mütter und seine Brüder? Sie sagen, wer ist meine Mütter und meine Brüder? Ich weiß nicht, wer ist meine Mütter und meine Brüder? Wir sind da, wo wir sind von dem Himmel verlaufen, als meine Mütter und meine Mütter. Und was ist das? Jesus hat eine Ministry für die Familie. Und das war für mich mit der Freiheit für die Familie. Aber die Familie ist das nicht wichtig. Ich weiß nicht, wenn es etwas möchte. Ich weiß nicht, dass Gott mit mir die Arbeit aufgebracht hat und es hat mir eine Familie gegeben. Warum nicht mit dem Tod anbiett? Und wir haben das mit dem Juftus gekommen. Da wüsst du nicht die Familie, die ich wichtig bin und die Familie, die es nicht wichtig sein. Bloß, wo du passiert, ans Leben, ans Worten bewiesen wird, dort hast du das, dort an die Familie, als Becher, aus dem Verstand. Er hat mir einen Kilo von einem Pesca-Lole-Hombre, in der Doktorsch-Ministrie, wo wir auch hier sind. Der 15. Anniversary ist für die Übung, was wie man will sein kann mit der Anniversary. Und ich habe mir gesagt, dass die Mitglied der Ministry wichtig ist, dass sie wieder zu kontaktieren. Wie wir haben für die 15. Anniversary, die eine Doktorsch-Ministrie, wo wir auf den 15. Anniversary haben, wo wir hier sind, wo wir hier sind. Wenn wir die Mitglied von Michigan haben, wir haben eine Jahre, die die Mexiko-City-Ministrie, die wir hier haben. In diesem Jahr, das ist es, in Mexiko-City, wo du in diese Städte, wo wir hier sind, wo wir hier sind, wo wir hier sind. Und ich sehe vor, ich habe mich geschaut, ich habe hier in die Hüse. Und Gott redete auch, und da entschädte uns eine wilde, berufe 18 Jahre, packte sich die Tonchen ab, und sagte die anderen also, Gott drückt in die Mexiko-City zum Mexiko-City. Das war nicht so eine wirkliche Bedeutung. Ich will nicht mehr wissen, ich will nicht mehr sein es nicht. Aber sie kamen ab, es war nicht so, es war ein von Julia Claus und als die beg來到 das war, es war ein Engel, der Kirche, und er wurde dabei auch, dass sie sich ja zuerstν befassenen, und dann auch sie, das war ein Kind und das war ein Kindesbesch, das war ein Magnus, das war ein Kindesbeschner, der wird es irgendwie krank, und wie immer. Das war nicht mehr schwer. Das ist der Ministry umfang. Für 15 Jahre haben wir über 20 Doktors einen Weg im Monat von Voranrahmen und die Menschen bedeuten das Ziel, Jesus zu erklären. Wenn es wieder wir in diesem 15. Universum, diese Doktors, die vertellen Geschichten und Geschichten und Geschichten und rohren und verraten sich. Wenn es schwierig wird, dann kam ein Freund in mir und vertalte mir in der Ruhe und ich fühlte mich über den Betenfahrer, ich habe ihn verlaten. Ich habe einen Doktor und ich habe einen Hospital und einen Doktor. Ich habe einen einen Weg im Monat und ich habe meine Schuld gegeben für diese Kinder. Ich habe meinen Mann verlaten und so lange genug, und ich habe meinen Mann verlaten. Ich sehe den nächsten Tag und dachte mir so früh, weil du hast gekriegt, was du dir verdient hast. Ministry for our family. Weißt du, was ich von der würde sagen? Ich schließe mit dem Monat. Es ist eine Kultur von dem, der assistiert, wenn mein Monat, ich werde jeslich und emotional und physisch alles gerade verstanden, dann werde ich den Verlust. Ich kann diese Lade stehen, wo ich dann einen anderen Mond verlang. Aber wenn es in der Früh so trocken ist, dass der Mond denkt, ich war nicht vor dem Früh, ich kann diese Lade stehen, mir fehlt das von der Früh und dann fällt dein Leben in der Früh und dann gehen wir hinein. Und weißt du, was? Da denke ich, ich werde auch nicht ohne sein. Ich glaube, wenn du einen Partner hast, und der so trocken ist in der Ministry, wo ich dort denke, dass die nicht die Tät nehmen und die den Balance haben. Aber die Ministry, der Ohrme, ja ist es als Pfarrer. Und wir lernen an der Kinga etwas. Wenn wir lernen, wenn wir sagen, dass der Kinga ist als Pfarrer in der Ministry, dann haben wir auch Familien, wo die Pfarrer sind als Pfarrer. Nun, ich weiß, du hast diese Liste, Gott, ihr, deine Familie, deine Orte, deine Töre und so wieder. Und das ist immer Träubel. Du, mit wem du rätst, der hat die Träubel gestaltet. Und ich würde sagen, eigentlich das Circle Dollar würde sagen, das Gott, das Ministry, das Family, das sind alle wichtig. Das sind alle wichtig. Aber Jesus sagt hier, wer ist meine Mutter? Was glaubst du von Jesus? Er ist doch nicht radikal? Und er ist ein Spiechspiel? Kein Wunder, seine Bräuer glauben nicht und arm, was er schmuldet wird. Weißt du, dass Jesus nicht einmal seine Mutter und Mutter nahm, der redet von der Früh. Wenn er nicht radikal ist, wenn die 300 Jahre Geschichte weiten, von wo er einzigartig ist, wenn er der Familie ist verluten. Wenn die Fräuer was war, wo die Hoffnung von unserer Familie? Weil unsere Familie fragt, woher wir deine Hälfte fertig bringen. Und das, was Paul sagt von der Reden hat. Und du würdest gleich, wenn wir danach von der Reden haben, weil eigentlich das ist eine Antwort für. Kontext und Perspektive haben wir eine Antwort für dort. Wenn wir die Welt erregeln, dann wird die Hälfte sein. Jesus hat die Zeit für 12 confused, messed up guys von den verschiedensten Städten. Die hat die Zeit für die drei Jahre zu sein, mehr als die Tage nach. Die hat die Zeit für die Hörer zu sein, mit Tagskollegter, mit Mörder. Ob er sich eine Familie wieder bieten, für die will man reden, dann sagt er, er kann wachen, er kann sich nicht bekehren, er kann nicht mal hinzukommen. Man hat auch schon auf, man hat auch schon auf. Warte, was du hier rät von dem? wenn du das mit mir abholst, wo du das mit mir abholst, wirst du eigentlich ein bisschen wachsen. Das heißt, Verfolgung. Ja? Nicht. Aber das ja. Das sagt das das in Lukas. Jesus aber sagt, wer seinen Hund und Fluch leicht und den Tät tritt, als Gottesstück nicht verbrochen. Warte, was du hier rät von dem? Von Familie. Parties, Parties von Familie. Dann sagt er, wir füdern mit der Meier reagiert aus mir, und wir so eine Dachte lieberhaft aus mir, dass es nicht wird, eine Familie zu sein. Das ist, was Jesus sagt, ich kann nicht Friede bringen. Ich kann eigentlich Familien zu spüren. Und hier hat es Kontext, warum die Jüden so stolz und so berufen, wie ein Jüdsinn, in der er nur umdrehen und in der Familie, in der Familie leben, ist bei den Jüden schrecklich wichtig. Das ist ein Off-Gott. Und du, einer, ob eines Haussiches in unserer Glaubenhaft, und der mit den Reden schoffen, der will nicht jetzt dort mehr, und er wird sagen, die kann die nicht. Die schnieden die offene Familie und dort zu dem Wort, der dann Tito für andere Menschen. Wir können jetzt in der Familie töten. Das war interessant. Das war einfach nicht easier. David McFarlane als der Direktor von Billy Graham Evangelistic Service in Kanada. Ich war ein von diesen Kloßen, und er vertelte, das ist das. Er sieht, und ich kann die Stadt vergehen, und wenn ich reißen, dass wir in Ottawa, in Saskatchewan, du irgendwo in der Stadt, du wie in der Kork, und der hat ein Abend, die früher auch eine Predigtes an, du übelst, wenn du an den Annen hast, zum Ehre Kork geraten, weil der Kork starb wird. Und er nimmt das an, und das ist eine große Kork, und er sagt, das sind alles andere Menschen, das sind keine Tänger, und keine Jugend, keine Jungen mehr lieben. Und er hat, woraus sie erreicht, diese Kork, und er besiegt die Familien, und er sagt, das sind die jetzlichen, das sind die göttlichen, gute Menschen, woraus sie erreicht, mit dieser Kork, dort hier nicht Menschen sind. Nee. Er sagt, er hat das nicht die Antwort gefunden. Und er vertelt die Geschichte, er sagt, er hat die Familien besagt, und die Familien besagt, und die Familien besagt. Ein ganzes Jahr, wie der Echtgung, ein ganzes Rund, wie er, none of thems hat es something geschehen, was die Familien alle immer reinhauen. Weißt du, was die Leute, wie wir aufgedacht? Die haben alle ein Family Picture in ihrem Haus, und wohnt. Weißt du, was die auf der Family Picture sagt? Groote Families. Und weißt du, was wir auch hier haben? Die haben bloß Family Gatherings. Die haben nicht die Zeit für andere. Irgendwann, wenn sie dort nicht erklärt haben, dann andere dort. Sie ist ein Ding, wenn wir in China Gatherings haben, in Family Gatherings haben, in der Weg von Bergkonten, in China Meetings haben, du hast die in Saarischweiten erfüllt, und dann fragst du, wie die Latterierer vorbei, wer hat dann auch die Zeit? Wer hat Maut? Diese Familie kommt nicht vor dir, und dann fehlt Zeit, dann fehlt Eten, dann fehlt Jorn, ein Anfluss, wer hat Zeit? Wenn du eine treuige Familie hast, und wenn du eine treuige Familie hast, dann ist es meine eine, von meinem Kond, und von ihrer Kond. Lass mich nicht mal sagen, nicht mehr zu denken, ob ein von uns der Dinge, die uns abholt, für Gott und für dich ist unsere Family Gatherings. Du fragst dich, was da wird das dann? Weil in dem Kurs, und ich glaube, wie Jorn wird es sein, vielleicht so eine, wo es sich, oder Dahl sind, ich gucke mir nach, was man da gesagt, so ein von Jorn, die haben einmal so eine schöne Family Gatherings, die haben, die ist da, 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 die Leute, das ist da, die 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 ist da, und da ist da, und da ist da, wo ich so ein Schlecht, denk. Vielleicht hast du Tid für somebody else. Wenn du die Dahlbässen bei dir hast, merk dir, trage ich, nehm auf, schau, 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 godo, schau, 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 was der Jesus wichtig hat. Wenn du in den Family Gatherings bist, war es ein Schälter für die Verstattung. Dann war es an den Menschen, wie Jesus ist, so ist der es. Für die hat Jesus aus der Religion. Der Einzige, was ich glaube, dass Family Gatherings biblisch sein kann, ist, dass Family Gatherings mit der Verstattung. Bei der Verstattung und der Family Gatherings ist ein System von Party. Celebrieren. Wenn du bloß dort bist, dann käme ich auch dort. Dort sind ein bisschen Südkuren. In Kuren, wenn du ein bisschen Kuren hast, und du willst dich nicht planten, dann willst du immer bloß den Kuren haben. Das ist alles, was du wirst haben. Wenn du in der Familie bist, von Vieh, von Feftieren, wenn du einmal die Leers die Topkümels haben, und du willst dich nicht für die Kuren haben, dann willst du alles, was du wirst haben. Das ist ein Südkuren. Wenn du in der Familie sagst, dann muss man da stoffen, oft von der Familie, Mensch kann ich bangen und ich kann mich das, was ich jankere. Du stoffen als Pressure. Unter der Irre steht Heiden, Noten. Du drückst das, was geboren wurde. So, ich habe gesagt, wenn du etwas lebst, dann musst du stoffen. Und ich merkte, dass ich so doll bin. Und ich kann das falsche Schuldgefühl überstehen. Mir hat ganz klar wird sein, insofern der Pressure wird ein bisschen mehr als bei der Kultur. Ich glaube immer, ich habe eine starke Erinnerung und habe eine schwache Sied, wo ich wirklich auf ihrem Sikand habe. Wenn ich antworte, ich dachte mir, ich habe meine Familie nicht mehr ein für die Ministry. Wo ich das teuer ist, ich habe die Ministry hoch. Wo ich das klar mir anders steht, ich würde sagen, dass ich meine Kinder in der Früh in der Früh im Moment, wenn ich an der anderen Welt war, im Moment, in der Früh und wenn ich in die Hüse komme, wenn ich an mir fehlte, ich würde abhaken und vorhin bin ich in der Antwort da. Dort habe ich klar. Ich habe zwei Monate getan. Ich kann manchmal nicht glauben. Ich habe gerade die Obenversammlung abgelehnt, die Köln nicht angehört, und ich bin an der Welt, und ich habe gesagt, dass ich mich mit anderen Leuten habe, ich habe mich damals in der Früh und ich bin an der letzten Abend und ich bin an der ganze Welt abgelandet, in der Nuba-Köln und ich bin an der Hüse fahren. Ich bin mir wichtig. Ich habe immer so gemacht. Dort treuze ich mich vier Jahre, dass meine Familie und die Ministry sind mir wichtig. Aber, wenn etwas passiert in meiner Familie mit meinen Kindern, wo es auch ging, dass ich so gerügelig und so eine große Schuld verliebt habe, wo es mich nicht verliebt hat. Ich komme mich nicht bis hin, dort habe ich mich bekehren, dort habe ich mich so schuldig verliebt, außer wenn es mir in meiner Familie enttribbelt wird und ich tüße sie. Dort ist mir gerade eine Schuld verliebt, wo es eine jemals verliebt hat in meinem Leben. Ein Tag, wenn ich bei der Herz bin, dann ging es mir das. Und ich rühre mich aus, und ich konnte nicht warten, um drei und drei und drei und drei. Und ich hatte Gott und dann kam Gott, in der Besonderheit in der Geist, und mit meinem bin ich. Besonder war ich. Er nimmt den Hohen, der heilt dort, und dann weißt er mir dort, wo er kam, wo er wo er kam. und er hat eine ans Hubningteam, in Kajito, und dann sage ich, ich klicke Kajito, klick in die Übung und sage ich, du hast das Mission, wo du jeder Weg bedeutest. Jeder Weg, das ist übrigens jeder Weg vor der Predigen. Und dort meinen Menschen, von allerhand, ein Tag über am Fuhn sind, mit Trübels, und das, und Jandt, und Streit, und Plüderie, und Predigen vor uns, und so weiter. Ich kann einfach sagen, wo holst du mir das Schild gefällt? Über deine Familie. Und dann vertalte mir so etwas, wo mein Herz ganz weig war, verschmalte. Nicht, was mir in deinem Team. Und ich will dir die Schildkarte vertal. Ich sage es, das ist das. Ich habe mich bequiert, wie du mit einem Mialtabgegund und ein Kind gehst. Und das ist das, wir sind angegungen, wir sind streitgegungen mit dem Kind, und wir sind allein. Das war Herr Dr. Gomez traf, das war Herr der Evangelium hier, das war er nie bequiert, und Herr war es, und Dr. Gomez, der Disziplin, und Herr von mir nie bequiert, und hat nun eine Familie, und was, und glauben, und erkannt es, und so weiter. Weil er hat das im Mial, da irgendwo erkennt, dass er ein Teenager war. Und er sieht, und er sagt, wenn ich da dachte, und er sagt, wenigstens für feier Jahre. Dr. Gomez, wir sind da, und er nimmt die Mission, das er hat. Ob er ein Kind gesehen, oder ein Kind gesehen, oder ein Kind in Sintiau. Und er sagt, er hat die Vorbereitung, und er sagt, für feier Jahre. Mehr ist gleich, geht das mal, wenn er in der Farnpläne, und er hat ein Farnpläne gekriegt, von den Plätzen von Kattelan, und sagt, wir haben deine Dachter hier im Gefängnis. Und dann seht er, dann hat er geräumt. Wenn die Nutzfahrer im Töten angehen, hat er sich die Augen aufgewascht, und sich geräumt gewaschen, und die Predigt, und die Menschen im Auto gesperrt. Nächster Weg, dann wieder war er vor dem Predigt, und dann haben die Plätzen hier vom Pottus gefunden, und sagt, wir haben deine Dachter hier im Gefängnis. Und er sieht, den Pressure haben, und den Körntham, und diesen Rauf haben, wo er persönlich ist, dort mit der Schof, und er hat am Feierjahr gequält. Dann seht er, es ist das, er sieht, ein Dach ist, wie er ist am Teufor, wie er der Stahlgiel, wie ein Körn, wie er sich am Steindulz hat. Er sieht, in seine Thronen werden alle, in den seine Stammen werden alle. Er sieht, er hat ein Brust gesehen, ich habe das. Und er sieht, wenn er Gott gekommen, er hat er, er hat er gehalten. Er hat er gehalten. Und das kann ich glauben, was er sieht. Er sieht, wenn Gott sieht, du kamer dich an, die verlorene Menschen, und er kommt, wenn deine Kinga kamer. Und das kann er, er hat er schwank gegeben, weil ein paar Passere, die Menschen, er hat eine Kinga, er hat zwei tun, wo nicht wein, er hat er gehalten. Wein Heichlerie, und wein Verstallzahn, und dann behalten, dort ja, ob er nicht wein, das reicht er gehalten. Und wie kann ich Jesus in der Mission tragen? Und dort habe ich schließlich eine Antwort gegeben. Und ich habe bloß eine Antwort gefordert und kraft gefordert. Ich weiß noch, ich habe mich unversammelt gebrochen. und ich bin mit der Welt smelt gefordert. Ich fahre, ich kann weg, ich kann weg, ich kann weg, ich kann weg, ich bin weg, ich kann weg, weg, ich bin 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 weg, und einer Liede hatte, und einer Freund war, der war untertrykt, der Junke, ein paar die Babysitler, das Indian-Jungen, der hat so eine Baby geform, und ein verletener Spächer, der Kleinerily profitete, und ich weiß nicht, wo das war, dass sie bei uns irgendwo am Regen gekriegen und dadurch, dass sie behindert wurden. Aber dann waren wir besorgt und mir wundern dort, wo Gott das Kind auf die Rüge gehalten hat und dann haben wir heult und so weiter. Ich verstehe das, dass die Gons fähren. Weil das Baby will China. Dieser Boy, der hat Druck und hat seine Mission. Der braucht die Kind von einer Lied und von einer Lied und von einer Lied. Und ich sagte, dass die Frau mit mir stöckte. Und sie sagte, wo ist die Gleifen, wenn wir die Kind von einer Lied nehmen? Wo würde ich sagen, dass Gott das will. Und ich sagte, wenn du die Sonne übernimmst. Und ich sagte, wenn du die Fräule hast, und du die Fräule hast, das ist für den Mann und deine Kinder. Ich würde nie all sagen, dort ist Jesus. Dort ist, wo Jesus von der Rät. Und dann, wenn ich das Kind habe, einmal war die Family Gathering. Dann sagte ich das Kind, und ich dachte so, wow. Von diesem Tadamara-Boy verstanden. Das ist so eine gesehene Läuftür, die richtige Familie. Das ist ein Bild von uns. Wie wir von Gott waren, in der echtes Sinn sind wir behindert. So, ja. Und Jesus sagte ihm, und er nimmt uns, und brach uns Tränen im Fudder. Und er fudder, und er nimmt uns Haaren aus seiner Kängel. Und wir sind nicht Orphans, wir standen uns einzelnen Haaren, und wir sind fudderlose Kängel. Wir sind nicht Orphans. Wir sind ein Haar genoemde, losgekaufte, mitobende, von den Eindäumen, von dem Universum. Und da ist er, ich werde ich, und ich werde umgehen gehen, sodass ich direkt sein kann. Und du, wenn wir, umgehen, sodass die Ome direkt sein kann. Ich sagte, früher, er hat eine Friede, die sich schlecht verteilt, und sie hat eben etwas, was mich stückst. Eben sie hat, weißt du, wen wollte mich dazu stückst. Eben sage ich es, alle Menschen, die uns hier sein, in der Kind sein, wo wir mit der Kind am Gunde sein, wow, das Kind ist so glücklich. Alle Menschen seien es dort, und ich sage auch immer, es ist dort. Aber sie sagt, wenn du dir diese Geschichte vertalst, dann möchtest du das auch sein. was auf der Bedingung kostet Vertrauen. Weißt du, was ich sehe? Ich finde das irgendwie von Ihnen, wo in den Rudern, was ich sehe, was ich soll sein. Ich sehe es, dass alle Menschen dort, dort alle Menschen bleiben, aber wo glücklich das Kind ist. Scheine auf, denkt ihr an, wo glücklich wir sind, wie die Kind haben. und es ist ja das schön, dass wir die Kind haben. Weißt du, wenn Jesus sagt, ich habe nicht das Leben geöffnet, voll abgeöffnet, wir wollen nicht fertig sein, ab jetzt zu leben, wir wollen in der Grund sein, gestorben, in Druck haben, in der Welt bliehen, und wir wollen nicht verstarren Familien zu sein. Und dann wollen wir sagen, wow, das ist Leben, das Leben voll ab. Es ist ein treuer Sinn, wo wir nicht in den Stichkunden haben, wenn wir so Family Gatherings und Church Parties haben. Und ich glaube, der nächste Präger, der sagt, es ist straight, wenn wir hier schon offen sind, weil wir so nicht einen E-Balance haben. Aber es ist ein treuer Sinn, dass wir uns Family Gatherings und Church Parties nicht in den Stichkunden haben, wenn das Stärke aus dem Shelter außen steht, wo wir kommen. Und wir sagen, wir sind ganz lustig, und das ist Gossip. Wir haben uns alle verteilt, was wir haben, und wir sind alle so von den Süden, und wir machen und wir verteilen dort, wo wir umfangen, den anderen Menschen in der schweigen, in der Rüte. Ich habe mir so viele empfehlen, von der Wort nicht. Aber wenn wir in den Kronen sehten, habe ich mit gemerkt, und wenn wir zusammen von ihnen gesehen, sind die, dort die, wenig seien. Ich sage ihnen oft ganz lustig. Aber ich sage nicht so. Wenn ich dort mit dem, wo ich ausverteilt habe, im Kronen seht, ich merke mit, mit diesem bösen Sinn, nur das Plüterie. Schwinge Karten drüten, über Jahren, über Jahren, über das und so wieder und so wieder. Dort ist ein Ding, was da passiert. Ein anderer Sinn, was da passiert, als Frieden. Ich weiß nicht, wo jeder da ist, die sind vielleicht so schade nicht fern, jäßlich, doch die kann einmal bei den Küken, wie dort aller Verbiegen, und ich vollfrieden. Ich weiß nicht, wo jeder da ist, ich komme zu fern, und von der wollte ich nicht. Und so ist er der Gott. Und ich lebe, treuern noch, wenn er nicht schlucken, wenn er keine Karte auf dem Filter sei, bei jedem. Und da geht ein Bild, wie sie. Wenn wir diese vierten Family Geld haben, Church Parties, und wenn wir haben wahrscheinlich Frieden, haben wir nicht die Götter. Und durch seine Families, der Hahn scheint zum Top kommen, und der Hahn nicht eben. kann ich sagen, was ich meine? Ich lebe das jetzt fern, wenn wir mit wieder auf den Top kommen, wo wir eigentlich so viel belebt haben in einem Monat, dann haben wir unsere Götter, und das stört nicht wie die Family, oder was, dass wir jetzt scheuen, wir können uns nicht vertrauen, denn hier in Durm wird sein, seid ihr okay, Nicht bloß 10% geben, weil wir alles geben. Weil wir Menschen immer an Sachen haben, und wir haben Shelter, instead of Parties. Mehr Shelter, Parties als Fan, aber mehr Shelter. Und das ist ein ganzes Projekt. Das ist ein ganzes Projekt. Ich freu mich, dass wir an den Ressourcen unbalancen mit Family Gatherings und Church Parties und wir waren in einer Kloßstube, wo alle die wir essen geben können, die kommen und lernen, wo ich zu haben, wo die Familie betragen, wo Geld zu haben, und durch alle diese Zeit lernen. Eine Bar zu haben, wo die keine Lehren trofen, wo die keine Lehren im Business abstellen, Dinge büren, eine Schalter zu haben, wo die nicht weit wo die blieben kommen, die kommen durchblieben, eine Klinik zu haben, wo Menschen keine Haare kommen, wo die nicht ohne zwingend haupt werden, und ein Sportsfield zu haben, vielleicht weil diese Kloß ein Gebiet büren, Hüblin war ein Gebiet büren, und wenn ein paar unter Siegen wurde ohne Gebiet büren, vielleicht weil eine verbringte Sportsfield büren, und so wieder, und so wieder. Und weißt du, was ich gerade sage, doch? Vielleicht kann ich eben ans Flehe haben, durch die Brüren. Ein bisschen Gedanken hier. An der Schule, wir wollen die Scherigen, wo wir nicht sagen, wir haben wollen, aber die wollen wir nicht. An das Flehe haben, weil wir die Scherigen haben, wo wir nicht haben wollen, aber die wollen wir nicht. durch die Registration, wir wollen die Scherigen haben, das Eierrecht für Recording, und so wieder, aber wir sind, ob ein Untersteller in der Office, haben uns das Eierrecht, wen, wir kennen die nicht. Wir wollen das nicht im Grünzen, in Humorieren, jetzt müssen wir immer nur denken, mit dem Taub, wo wir in Balance schaffen, in der Welt für Jesus erheben. Jesus Dank scheinen für genug, weil wenn ich denke, wenn ich mich einfach genug fühle, und die, für was ich von der gesagt habe, ich möchte mich gnädig sein, ich möchte, dass ich genug haben für diese Menschen, ich möchte diese Gruppe sehen, mit Wesen, und Resources, und Tüten, und Balancen, mit die, mit die Familie, mit die verstarren, und mit den Drogen und ab, wo wir alle haben. Dankeschön, was die Dersendung, was in Jesus' In Namen. Amen.